Herzlich willkommen bei den Guter Games, schön, dass ihr da wart. Es war hoffentlich für euch auch eine schöne Turnierzeit und zwar haben wir jetzt noch ein Halbfinale offen. Link ist natürlich unten in der Überschreibung zur Spielliste und natürlich ein Finale. Wir werden aber nächste Woche am 26.09. um 18 Uhr werden wir beide Teams einladen zu dem Halbfinale, Best of One. Beide Teams. Wenn eines der beiden Teams nicht kommt, nach 10 Minuten, nachdem das andere gegnerische Team da ist, werden wir es disqualifizieren und das Finale ist damit dann durch. Bitte daran denken. Also auf jeden Fall bereithalten am 26.09. das ist ein Samstag nächste Woche um 18 Uhr geht es los. Da spielt, ich kann es euch natürlich gerne nochmal sagen. Penga Gaming vs. Turtle Esports. Ihr spielt auf jeden Fall da das Halbfinale und dann wird entschieden, natürlich während das Finale kommt. Und dann wird abgesprochen, erst nach dem Halbfinale wird abgesprochen, wann das Finale denn stattfindet. Weil Elementrix danach vielleicht nicht kann, vielleicht auch nur früher kann. Also relativ schwierige Zeiten momentan. Aber wir kriegen es auf jeden Fall hin, dass wir das Finale spielen. Wichtig ist halt nur, dass Penga Gaming und Turtle Esports ihr bitte beide am Start seid für das zweite Halbfinale-Match, was ja heute leider nicht stattfinden konnte. Weil wir so spät angefangen haben, weil die Teams ja leider der Meinung waren, dass sie halt arbeiten müssen. Und leider so spät erst von der Arbeit gekommen sind. Na gut, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Halbfinale, 26.09. um 18 Uhr geht es los und danach vielleicht das Halbfinale. Danach wird auf jeden Fall definitiv geklärt, ob wir gleich das Halbfinale danach spielen. Oder ob wir es vielleicht nochmal an einem anderen Tag probieren. Das war's von den Booty Games. Peace out und reingehauen. Und lasst auf jeden Fall ein Like, ein Abo da und natürlich euer Feedback, wie euch das Turnier bis jetzt gefallen hat.